Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute schauen wir uns eine weitere Funktion in dem neuen Photoshop 2021 an. Naja, es ist eigentlich keine neue Funktion, sondern eine verbesserte Funktion. Es geht um die Auswahlfunktion und zwar um die automatische, wie du mit einem Klick ganz schnell richtig geile Auswahl erstellen kannst. Viel Spaß! So, ich bin wieder drin im neuen Photoshop 2021. Du siehst hier oben immer die Versionsanzeige und ich möchte dir jetzt mal zeigen, ob und wie sich die automatische Auswahl, diese Auswahlwerkzeuge nochmal verbessert haben. Und dafür habe ich mir jetzt hier mal ein Bild rausgesucht, was denke ich mal nicht ganz so einfach ist, wenn man automatisch vor allem die Haare maskieren möchte. Denn, naja, es ist ein bisschen kontraster, aber der Farbton ist relativ ähnlich vom Hintergrund und den Haaren. Also ein bisschen, ja, ein bisschen eine Aufgabe sollte es ja am Ende auch werden für das Programm. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie das funktioniert. Und dafür gehe ich hier oben in das Auswahlmenü und werde jetzt hier die Motivauswahl mir auswählen. Das ist ja quasi der Hauptpunkt, mit dem ich immer arbeite eigentlich. Ich nehme eigentlich immer die Motivauswahl. Jetzt neu hinzukommen ist auch die Himmelauswahl. Das hatte ich ja schon in einem extra Video mal behandelt. Kannst du dir auch nochmal ansehen. Aber hier in dem Fall ist die Motivauswahl, denke ich, das richtige Werkzeug. Das dauert jetzt ganz kurz und schon wurde hier das Model jetzt entsprechend ausgewählt. Und jetzt kann ich, wenn ich jetzt ein Auswahlwerkzeug angewählt habe, hier oben direkt auf Auswählen und Maskieren klicken. Ansonsten geht das natürlich auch hier über den Menüpunkt Auswahl und dann Auswählen und Maskieren. Da klicke ich jetzt einfach einmal drauf und dann öffnet sich hier ein neuer Dialog, wo das Model dann schon in der Vorschau freigestellt wurde. Ich habe jetzt hier verschiedene Ansichten-Modi und aktuell ist es so, dass das Model jetzt quasi mit einem transparenten Hintergrund dargestellt wird. Ich stelle das Ganze mal auf schwarz und jetzt kann ich hier noch die Deckkraft von der Schwarzebene einstellen. Wenn ich hier auf 100 stelle, dann ist der Hintergrund wirklich komplett schwarz. Da kann ich dann die Haare besonders gut beurteilen, in dem Fall, weil sie blonde Haare hat. Ich kann aber natürlich auch jederzeit die Deckkraft hier ändern, wenn ich das möchte. Und ich sehe jetzt schon, dass mit dieser Ein-Klick-Auswahl Photoshop wirklich ein super, super Ergebnis geliefert hat. Man muss immer daran denken, das ist alles automatisch mit einem Klick gemacht. Also natürlich muss man da selber vielleicht nochmal später ran und das ein bisschen verbessern. Aber ich finde, diese Auswahl, diese Ein-Klick-Auswahl wird von Jahr zu Jahr wirklich besser. Und auch hier sind wieder einige Sachen mit dazukommen, um das Ganze nochmal zu verbessern. Was zum einen mit dazugekommen ist, ich klicke jetzt hier mal auf diesen zweiten Pinsel hier, womit ich meine Haare dann immer nochmal so ein bisschen verbessern kann. Da bin ich früher hier einfach so ein bisschen über die Haare drüber gegangen. Das kann man ja auch jetzt hier nochmal machen. Und damit die Auswahl nochmal so ein bisschen verfeinern und die Haare hier noch so ein bisschen zum Vorschein bringen. Ja, hier kommen noch so ein paar zum Vorschein. Hier oben haben wir so leichte Probleme drin in den Haaren. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch wegbekommen. Aber ansonsten male ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen drüber und schaue mal, was mir das hier liefert. So, ich habe hier oben also ein kleines Problem. Ansonsten sehen die Haare richtig gut aus. Was jetzt dazugekommen ist, ist hier einmal der Button Haare verfeinern oder Haar verfeinern. Da klicke ich einmal drauf und dann wird Photoshop hier automatisch diese Haare nochmal drumherum gehen. Und du siehst jetzt, das Ergebnis ist nicht ganz so gut. Das liegt jetzt aber einfach daran, dass ich mir ein Bild ausgesucht habe, was dafür nicht ganz so passend ist. Aber Photoshop hat jetzt hier auch den sogenannten Verfeinerungsmodus noch eingeführt. Der ist hier wahrscheinlich bei dir auch noch zugeklappt. Den kannst du mal aufklappen. Da gibt es einmal farbbasiert und einmal objektbasiert. Und farbbasiert, wie der Name schon sagt, da geht es darum, verschiedene Farben zu finden und anhand dieser verschiedenen Farben quasi die Auswahl zu treffen. Und dadurch, dass die Haare jetzt sehr ähnlich von der Farbe sind wie der Hintergrund, hat Photoshop hier Probleme. Lass uns doch aber einfach mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier mal das Ganze auf objektbasiert packe. Und zack, da ist das Ganze schon wesentlich besser. Hier oben ein ganz kleines bisschen haben wir hier noch Probleme mit den Haaren. Aber sonst ist hier wirklich ein richtig gutes Ergebnis bei rumgekommen. Objektbasiert, das arbeitet mehr mit Kontrast und farbbasiert eben mehr mit Farben. Und wenn ich jetzt hier die Deckkraft auch von der Ebene mal wieder runtersetze, dann siehst du, ja Kontrast haben wir hier. Die Haare sind wesentlich heller als der Hintergrund und deswegen funktioniert an dieser Stelle objektbasiert besser als farbbasiert. Aber du kannst es von Bild zu Bild halt immer an dir angucken, was funktioniert denn jetzt eigentlich besser. Und diese Auswahlmöglichkeit, die ist eben neu damit dazugekommen. Und dadurch haben wir jetzt hier noch bessere Möglichkeiten, die Haare schnell und einfach auszuwählen. Und ich finde, wie gesagt, für die zwei, drei Klicks, die ich jetzt hier gemacht habe, ist diese Haarauswahl richtig gut. Hier müsste man nochmal ein bisschen manuell ran. Aber ansonsten ist das eine super Geschichte. Wir können jetzt auch jederzeit hier natürlich noch ein bisschen mit dem Kontrast arbeiten. Also drei, vier Prozent kann man hier noch mit reingeben. Dann wird diese Auswahl hier auch nochmal ein bisschen verbessert. Und man kann auch die Kante noch so ein kleines bisschen verschieben. Und was ich auf jeden Fall immer noch mache in den Ausgabeeinstellungen, ich möchte die Farben dekontaminieren. Weil gerade hier unten sieht man noch so ein bisschen, ja, so einen kleinen hellen Rand um die Hose hier zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier Farben dekontaminieren einmal anklicke, dann wird dieser Rand auch noch entfernt. Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön am Ende. Ja, und das Ganze lasse ich mir doch jetzt hier einfach mal auf einer neuen Ebene mit einer Ebenenmaske ausgeben. Und bestätige das Ganze hier einmal und schon habe ich hier mein freigestelltes Model am Ende, mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Ist doch eine super Sache, oder? Wie gesagt, es ist nicht 100 Prozent perfekt. Definitiv nicht. Aber ich finde dafür, dass wir so wenige Klicks machen müssen, mein Model mit Haaren, also mit komplizierten Haaren. Ich denke mal, die meisten Models haben irgendwie noch Haare. Aber du weißt, was ich meine. Wenn man komplizierte Haare hat, wenn man lange Haare hat, die irgendwie so ein bisschen in den Wind hin und her fliegen, dann hat man jetzt hier wirklich sehr, sehr schnell eine Möglichkeit, wie ich das Ganze auswählen kann. Und dadurch, dass ich jetzt hier mit einer Ebenenmaske arbeite, kann ich auch jederzeit nochmal in die Problemstellen reingehen und das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, poste sie einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich da immer sehr drüber, wenn ihr mir schreibt. Und ansonsten könnt ihr auch gerne mal meinem Online-Store vorbeischauen. Dort gibt es Videotrainings zum Thema Photoshop und auch zum Thema Lightroom und vieles, vieles mehr. Und bei Instagram könnt ihr auch noch vorbeischauen und den Kanal könnt ihr noch abonnieren und so vieles mehr. Also klickt euch einfach mal durch, falls ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren, beim Bild bearbeiten und generell beim Kreativsein. Mach's gut. Ciao. In Sw lumin Trainings Bis dahin wünsche ich dir diesen Video wieder. Bis jetzt weiter. Jedeserится irritant! Bis dann. Bis dann. Bis dann aus.